Hallo Folks und herzlich Willkommen zu einem neuen Gear Review. Heute etwas der anderen Art. Es geht nicht um Gitarren, sondern es geht um meinen SD120B Studiodesk von Millennium. Zur Info, dieses Video ist nicht gesponsert von Thomann. Ich habe auch das Gefühl, dass sie danach nie mehr irgendwas sponsern werden. Halt, Stopp! Den letzten Satz kann ich so nicht stehen lassen, denn ich habe 20 Jahre für Mitbewerber vom Musikhaus Thomann gearbeitet, aber ich kann gar nichts, aber auch überhaupt nichts Negatives sagen gegen die Firma Thomann, gegen deren Angestellte und am allerwenigsten über Hans Thomann selbst. In fact, er war einer der Ersten, der mich kontaktiert hat nach meinem Ende bei Session damals. Okay, das musste raus. Zum Tisch. Im August 2022 habe ich mich entschlossen, mein eigenes kleines Video-Home-Studio zu schaffen. Vorher habe ich das Ganze im Wohnzimmer gemacht und dann war hier ein Räumchen frei und dann habe ich gesagt, ich greife das jetzt an. Das Budget für das Studio belief sich auf schmale 1000 Euro und von denen mussten neben Abhören eben auch noch ein Master-Keyboard und ein Studiotisch beschafft werden. Und da ich ein relativ klares Bild hatte, wie das Ganze später vor der Kamera wirken soll und ich wenig Platz in dem Raum hier habe, plus ich ein kleines Budget hatte, fiel am Ende die Wahl auf den Millennium SD120. Für alle da draußen, die nicht wissen, was ein Millennium ist, wobei das Thomann recht klar kommuniziert, es ist eine Eigenmarke des Musikhauses Thomann. Was bietet uns der Tisch? Schauen wir mal auf die Website des Musikhauses Thomann und gucken uns die einzelnen Facts an. Ihr seht schon, ich habe den Tisch in schwarz gewählt. Das ist ein Fehler, den ich auch nicht mehr begehen würde. Man sieht halt einfach jedes Staubkorn da drauf. Die Recording Workstation ist ein kompakter Arbeitstisch für kleine Studios für Recording und Komposition. Also genau meine Bedürfnisse. Die Arbeitsplatte, die obere Abstellfläche und der Keyboardauszug sind aus kunststoffbeschichtetem MDF. Das Untergestell ist aus pulverbeschichtetem Metall in der Farbe schwarz. Wir haben zwei Kopfhörerhalter rechts und links und die Abmessungen könnt ihr auch auf der Seite nachlesen. Für mich war vor allen Dingen wichtig, dass ich die zwei 5 HE Rackspaces habe. Zum einen, weil mir klar war, ich wollte den Tube-Meister von Houston Kettner hier gut sichtbar in der Kamera haben. Sieht einfach geil aus. Und auf der anderen Seite habe ich dann noch so ein bisschen Outboard-Gear, ein Tuner und ein Lexikon, das eingeschliffen ist in den Houston Kettner, um ein bisschen Hall oder Delay abzufeuern. Zudem wollte ich ins Studio reinkommen und mit einem Klick alles anmachen. Das habe ich jetzt hier ganz gut geschafft. Die eine Steckdose hängt an der anderen, das heißt, wenn ich die eine Steckdose anmache, ist der komplette Tisch angeschaltet. Die obere Abstellplatte ist super für zwei Boxen drauf und da steht auch mein Mac drauf und immer noch genug Platz für jede Menge Zeug zum Abstellen. Die untere Arbeitsplatte ist dann schon ein bisschen voll mit Tastatur, Mauspad und Interface in meinem Fall. Gut, das hat man vielleicht auch im Rack drin, bei mir steht es eben auf dem Tisch drauf und dann ist das Ding eigentlich schon voll. So richtig pain in the ass wird es eigentlich beim Keyboardauszug, denn der ist im Gegensatz zu der Platte oben nicht ergonomisch, sondern der ist gerade. Das heißt, wann immer man ranrollt an den Tisch, ist es halt irgendwie blöd, weil man gegen diesen Keyboardtisch knallt. Da war die Konstruktion nicht ganz so clever. Wenn ich vor dem Tisch sitze und arbeite zum Mischen oder Schneiden, dann habe ich aber sonst eigentlich keine Probleme, komme an alles richtig gut ran und habe einen guten Überblick über die komplette Arbeitsfläche. Kommen wir jetzt zu den Pain Points. Keyboardauszug habe ich schon beschrieben. Das ist eine Sache, die man hätte besser machen können. Die andere Sache ist die, dass wann immer ich eine Kamera befestige am Studiotisch, ich aufpassen muss, dass ich nicht gegen den Tisch stoße. Ich kann das jetzt mal mit dem Mikrofon hier zeigen. Das passiert nämlich dann. Bei uns in Hessen sagt man, das ist gagelisch. Das ist so ein schönes mittelhessisches Wort für instabil. Also der Tisch macht erst mal optisch sehr viel her, ist aber von der Konstruktion her billig. Und das rächt sich dann in dem Moment, wenn man da mal dran stößt. Viel schlimmer ist es halt, wenn du gerade Akustikgitarren aufnimmst, irgendwie gegen den Tisch kommst und dann hört man auch noch dieses Geräusch. Ich habe mich schon ein paar Mal unter oder neben den Tisch gelegt und mit einem Imbus immer wieder nachgezogen. Es ist aber nicht so, dass sich da was lockert, sondern es ist einfach so, dass es nie fest ist. Alles in allem ist das aber auch der einzige große Kritikpunkt, den ich an dem Tisch habe. Okay, der wiegt natürlich schwer, wenn jemand viele akustische Instrumente aufnimmt und dann da das Quietschen drauf hat. Das ist natürlich blöd. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und es hat ja fast so ein bisschen so einen Charme, das eine quietschende Ding hier im Studio zu haben, wenn alles sonst relativ Hightech ist. Würde ich den Tisch nochmal kaufen? Die Alternativen sind dünn gesät, sagen wir es mal so. Entweder die Farbe gefiel mir nicht oder ich hatte nicht den Rackspace oder er war zu groß für mein Zimmer. Also ja, höchstwahrscheinlich würde ich ihn wieder kaufen, denn ja, das Budget war halt einfach vorgegeben. Für jeden von euch, der seine Recording-Ecke im Wohnzimmer auflösen will und auch so ein bisschen den Kabelsalat weghaben will, SD-120 ist die richtige Lösung für euch. Ich zeige euch mal, wie es bei mir hinter den Kulissen aussieht. Stellt euch mal vor, das würde alles rumliegen auf dem Boden. Wie gesagt, das Optische hat bei der Wahl auch eine ganz große Rolle gespielt. Solltet ihr noch Fragen haben zum Studio-Desk SD-120B, für Black nehme ich mal an, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ansonsten mache ich euch den Link zur Thomann-Seite rein und dann könnt ihr selbst ein bisschen vergleichen mit den anderen Modellen, die es da so gibt. Hat mich gefreut, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Bleibt dran. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.